Und meine Damen und Herren, ich glaube, ich verspreche Ihnen nicht so viel. Sie bekommen jetzt nicht nur Gänsehaut, weil es ein bisschen frischer wird hier. Denn beim nächsten Stück, das ist wirklich einer der Höhepunkte des heutigen Abends. Und ich garantiere Ihnen, da gibt es wirklich Gänsehaut. Denn die Musiker werden nun alle gemeinsam die von zwei Deutschen komponierten, weltweit bekannte Melodie, die übrigens auch noch gleichzeitig die lieblings-, oder man muss sagen, die schottische Lieblingsmelodie der Queen Mutter war, komponiert von zwei Deutschen. Aber auf jeden Fall diese Melodie, und die kennen Sie alle, meine Damen und Herren, die werden wir nun aufführen. Highland Cacigal. Fertig. Musik 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 Amen, 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 Amen Amen, Amen Amen, Amen 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 Applaus Daher hörten Sie den Lauten Piper. Ein Lauten Piper ist bei jedem Tattoo dabei und ist die Meldung an den obersten Leiter der Veranstaltung. Im Englischen heißt dies Tribute to the Chief Tank. Bespielt wurde dieser Teil von meinem Arbeitskollegen und Mitorganisator des heutigen Abends, Pipe Major Roland Hindenhofer aus Bad Saugau. Roland ist ebenfalls internationaler Partner und hat schon die ganze Erwurteilung in verschiedenen Parallel-Kartons mitgebracht. Seit dem Netzwerk haben wir uns zu verannten, dass wir hier heute ein so generiertes und internationales Leiter haben. Vielen Dank Roland für diese tolle Unterstützung in den letzten zwei Jahren.